unglaubliche 112 milliarden euro für die deutsche rentenversicherung mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de der bundestag wird in der kommenden woche über den sozialetat 2023 abstimmen knapp 9 milliarden euro sind für die altersgrundsicherung geplant und jetzt halten sie sich fest der bundeszuschuss für die gesetzliche rentenversicherung auch inklusive knappschaftliche rentenversicherung und alle ausgaben für die gesetzliche rentenversicherung steigt im jahr 2023 auf sage und schreibe 112 milliarden euro das heißt also die deutsche rentenversicherung die gesetzliche rentenversicherung wird im nächsten jahr mit 112 milliarden euro vom steuerzahler sozusagen gesponsert damit die rentenversicherung ihre aufgaben noch weiter erfüllen kann insgesamt umfasst der sozialetat des bundes in der vom haushaltsausschuss geänderten fassung 166 milliarden euro das sind mehr als ein drittel des gesamtetats und wenn wir jetzt noch die ausgaben für die pensionen der beamten des bundes und der länder mit über 70 milliarden dazunehmen dann sind wir schon bei den ausgaben sozialetat und den pensionsbedingten ausgaben bei mehr als fast der hälfte des gesamten etats des bundes im jahr 2023 das sind zahlen die man sich vor vielen jahren hätte gar nicht vorstellen können deshalb ist es extrem wichtig dass die bundesregierung und alle politiker endlich begreifen dass hier gehandelt werden muss wir brauchen dringende reformen der gesetzlichen rente der generell der altersversorgung dass wir uns nicht zwei uferlos ausufernde sozialleistungssysteme hier leisten wie eine gesetzliche rente und parallel dazu auch noch ein pensionssystem für beamte das kann auf dauer keine volkswirtschaft keine gesunde volkswirtschaft aushalten deshalb stehe ich dafür dass wir dringend schnellstmöglich eine allumfassende erwerbstätigen versicherung einführen damit auch dort in diese erwerbstätigen versicherung alle menschen in deutschland einzahlen sei es der arbeitnehmer sei es der beamte sei es der rechtsanwalt oder rentenberater oder auch der richter am bundes sozialgericht näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater oder peter knöppel oder peter knöppel oder peter knöppel